Hier sehen Sie eine Family Suite. Sie sind eingerichtet wie ein normales Doppelzimmer mit Dusche. Hier hat man dann zwei separate Betten und nochmal ein separates Schlafzimmer. Das ist wirklich sehr schön. Und man hat eine Tür, das ist halt das Schöne dabei, dass die Kinder halt ruhig schließen werden. Und hier hat man auch nochmal ein separates Bad mit Badewannen. Das ist halt echt traumhaft schön. Und hier haben Sie auch direkt einen Meerblick, dass man direkt raus aufs Meer schauen kann. Hier von oben genau in der Mitte. Super schön, ganz, ganz toll. Und das Wetter ist auch im Dezember noch sehr schön. Man kann auch jetzt kurzfristig, last minute, nochmal schnell die Koffer packen und kann nochmal ein paar Tage in die Türkei fliegen, um die Sonne noch ein bisschen zu tanken.